hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von johnny's world hier heute wieder aus dem klemmausstein tv studio diesmal mit einem set der firma sembo aus der beijing automuseum serie und zwar ist das hier diese serie da hatte ich euch ja in den neuheiten mal vorgestellt dass da so einiges kommt das sind halt sets die sind mit dem lizenz und zusammenarbeit des beijing automuseums rausgebracht worden da gibt es verschiedene von geländewagen militärfahrzeuge über irgendwelche alten amerikanischen straßenkreuzer also das ist wirklich eine ganz große bandbreite die da jetzt so nach und nach bei sembo ins programm kommen bei sembo ist es ja immer so ein bisschen ja ich möchte mal sagen überraschungspaket was wir in den packungen vorfinden man kann das glück haben und das set ist aus gobricks steinen bestehend dann haben wir fast lego qualität hier die wir hier am bauen sind vielleicht sogar drüber ich weiß es nicht und das muss jeder für sich beurteilen ist ja eine sehr subjektive wahrnehmung das ganze ich baue jedenfalls mit gobricks steinen sehr gerne oder es ist halt eine sembo eigenproduktion die allerdings auch gut ist nicht so gut wie die von gobricks aber auch gut meist ein bisschen vermackelter bei den kleineren automodellen zum beispiel haben wir die steine meistens ich hoffe hier mal auf die gobricks steine das auto was ich euch hier heute vorstellen möchte ist die 70 57 00 662 teile und zwar ist das ein chinesisches geländefahrzeug der armee aus den 70er jahren und so hat 74 ist es rausgekommen und ich mag die form die hat mich gereizt es gibt auch noch einen willys jeep aus dem zweiten weltkrieg hier aus dieser serie aber mich hat jetzt hier dieses hier mal ein stück weiter mehr abgeholt und ich will euch mal zeigen warum und zwar so sieht ja im originalen aus ihr seht ihr relativ viele rundungen vor allem für ein auto der 70er jahre und da ist ein stein verbaut den ich gesehen habe und zwar wenn ihr vorne an der motorhaube an den ecken schaut das ist wie so eine wie so eine zwei drittel slope einer slope aber rundum abgerundet auf den bin ich wirklich gespannt ich glaube den habe ich so noch nicht verbaut und den finde ich spannend außerdem möchte ich sehen ob hier aufkleber oder drucke dabei sind ich tippe leider auf aufkleber allerdings habe ich hier aus dieser serie glaube ich noch nichts gebaut und ihr seht selber hier sogar mit hoch offiziellem siegel das ganze ist wirklich hier mit lizenz also auch die gehen langsam den weg dass die gucken dass die lizenzen und sowas für ihre sachen kriegen zum teil jedenfalls ich bin jedenfalls sehr gespannt auf dieses teil 662 teile das verspricht ja wenigstens ein mittellangen bauspaß und das für einen guten preis 35 euro kostet das ganze liste und für jemanden der fahrzeugmodelle in diesem größen halt sammelt das wird auch so in diesem maßstab sein wie die tinlissi die ich euch schon mal vorgestellt habe ist das durchaus eine interessante geschichte ich finde es jedenfalls sehr gut ich bin auch auf die farbe gespannt die wir hier drin vorfinden werden auch die sieht auf dem ersten moment spannend aus ansonsten die verpackung an sich wie ihr seht ist so ein bisschen geprägt und mit so sonderdrucken versehen um dem ganzen so ein bisschen plastik zu geben also dass das ganze auch ein bisschen hochwertig daher kommt mit tragegriff da dran und allem ja hier noch mal die rückseite zum auf den mund zergehen lassen und ja und es ist mal wieder mit pullback warum auch immer die bei sembo so draufstehen ihren autos pullback zu verpassen ich vermute ja wirklich mal die haben wir irgendwie zwei millionen von den dingern aufgekaufen die müssen jetzt weg und deswegen wenn jetzt einfach mal hier in jedes automodell mit reingepflanzt das den irgendwie vom band fällt anders kann ich es mir nicht erklären weil wirklich brauchen tut das meiner meinung nach keiner aber das scheint in china selber durchaus beliebtes ding zu sein so wollen wir mal gucken was wir hier denn vorfinden verschlossen ist das ganze mit einem klebestreifen relativ einfach zu öffnen und wir finden halt auch hier sembo typisch wieder so einen innenkarton das heißt also die verpackung hier die hätte man wahrscheinlich auch gut auf der hälfte der größe unterbringen können und da haben sie sogar haben sie sogar gleich zwei papptrays drinne und das ganze halt ja noch größer aussehen zu lassen wir haben hier ein hinweis zum bau damit sich in der bauanleitung irgendein kleiner fehler eingeschlichen haben und das ist das was wir hier wirklich drinnen haben das heißt also wenn wir hier ein papptrays voll gehabt hätten das hätte wahrscheinlich auch gereicht das heißt die größe von verpackung wäre auch okay gewesen aber hilft ja nix es ist wie es ist und so ist es hier angekommen von daher müssen wir da jetzt mit arbeiten wir haben hier unsere bauanleitung ist so in klebstoff gebunden hier das ganze wir haben hier wie ich befürchtet habe aufkleber drinnen und ganz unschön halt hier in farbe gedruckte großflächige aufkleber das heißt da muss ich mal wieder gucken ob ich die passend drauf kriege und wie die halt von der farbe hier zu den steinen passen ich würde einfach mal sagen ich packe jetzt hier die steine aus und obwohl ich glaube wir haben hier sogar bauabschnitte drin weil 600 und irgendwas es gibt bauabschnitte dann gucken wir uns das ganze erstmal aus der nähe an und packen dann den ersten bauabschnitt auf unser tellerchen und fangen mit dem bau an so da haben wir hier unsere tüten auseinander sortiert insgesamt sind es vier bauabschnitte und 15 tüten der erste bauabschnitt sind drei tüten dann haben wir hier zwei drei und vier und drei tüten die nicht nummeriert sind einmal hier mit dem verdeck das ist aus stoff dann haben wir hier eine tüte wo reifen und felgen drin sind und hier sehr überraschend aber sehr angenehme überraschung das große fenster hier das ist bedruckt das sind keine aufkleber das ist nicht nur irgendwie angedeutet sondern bedruckt schauen wir mal hinterher wie gut es bedruckt ist das werden wir hinterher sehen dann fällt uns erstmal auf dass hier die farbe die auf der anleitung oder auf der packung ist nicht wirklich mit der farbe übereinstimmt die wir hier in der packung vorfinden also es ist ein erhebliches dunkleres moosgrün ich mag die farbe gerne finde ich gut ich denke mal das wird hinterher gut aussehen hier auf dem fahrzeug selber anhand der tüten bin ich mir jetzt noch nicht so sicher was es für ein hersteller ist scheint aber doch nicht gobricks zu sein gobricks hat andere tüten dieses kleine mädchen sehe ich hier zum ersten mal auf diesen tüten aber wir machen es jetzt einfach mal hier auf verteilen uns hier die sachen aus den tüten oder bauabschnittstüten eins auf unsere tellerchen und dann können wir anhand der nummern ja sehen ob es sich um gobricks steine handelt oder nicht und hier haben wir auch gleich schon ganz wichtig und dann pullback motor mit drin ja die gute nachricht zuerst es sind wohl so wie es aussieht hier wirklich gobricks steine zum einen haben wir es hier auf dem pullback motor stehen und zum anderen auch wenn wir die nummern der steine vergleichen auf dem ihrer internetseite ist das gobricks und auch hier dies jumper plate 2x2 mit dem groove hier oben auf mit dieser verzierung das ist ja um den design schutz von dem lego design schutz zu umgehen das ist eigentlich auch typisch hier für einen gobricks stein ja also die chinesischen und die qualität von denen ist gut die lässt sich wirklich super bauen das freut mich sehr und lässt bei mir die vorfreude noch weiter steigen hier auf dieses set von daher super sache teile trenner immer wieder einer der ist auch ein gobricks teile trenner ok dann würde ich sagen fangen wir einfach mal mit dem bauen an bauanleitung ist insgesamt schauen wir mal 86 seiten lang 109 bau steps haben wir insgesamt das was gebaut wird ist immer so rot umrandet damit man sieht was wohin muss plus halt hier zusammensuch zettelchen und ihr seht da passiert pro bau step einiges ist ja muss ja im durchschnitt zu sein wenn ich etwas über 100 bau steps hat bei 166 teilen oder bei 662 teilen so entschuldigung dann muss ja pro step irgendwo was um die sechs teile minimum verbaut werden im durchschnitt das zählt nicht natürlich ganz gut zusammen der boden sieht übrigens interessant aus erscheint wohl hier wirklich aus vielen einzelteilen zusammengesetzt zu werden aber das werden wir jetzt einfach rausfinden indem wir hier anfangen mit bauabschnitt nummer eins aufkleber an die seite gelegt und los geht's was wirklich cool ist dass hier die ganzen pinne alle in schlicht schwarz sind sowohl hier die 3l mit friktion als auch die 2l mit friktion hier die pin auf achse oder die 3l mit zwei hälften längen mit mit den kreuzachsen auch hier die ja spacer und dieses hier alles schön in schwarz gehalten was ich dann allerdings nicht verstehe ist warum dieses bauteil trotzdem noch in blau ist mein meistens sieht man es hinterher nicht weil es überbaut wird aber warum haben sie das nicht einfach auch in schwarz gemacht ich meine sie trauen uns ja offensichtlich zu dass wir die richtigen bauteile raussuchen und verbauen obwohl alles einfach nur in schwarz ist warum sie es dann in blau gelassen haben das weiß wahrscheinlich nur konfuzius das ist meine schwer spannende bodengruppe die wir hier bauen also die ist wirklich hier aus hochkant gelegten lift arm und ganz vielen von diesen teilen hier die versetzt zueinander verbaut werden dadurch kriegen wir hier im unteren diese riffel optik und halt einen schönen glatten boden wir haben hier die achse mittlerweile verbaut hier mit dem tollen pullback motor drin ja und hier sehen wir halt den vorteil hier von diesen dingern nämlich dass hier noppen hinterher oben auf diesem entstehen die wir dann hinterher hier ganz einfach überbauen können um dann darauf ganz normal mit klemmbausteinen weiter zu bauen wie eine gute lösung also interessante bautechnik so der erste bauabschnitt ist durch und damit auch die technik bauerei da bin ich auch sehr dankbar für weil ich bin ja gar nicht so der technik bauer wobei ich sagen muss es hat wirklich eine schöne optik hier am boden gegeben schön geschlossen wenn ich mir dagegen so angucke hier der kleine fort der war recht zerklüftet unten drunter das haben sie hier wirklich schöner gelöst und ab jetzt wird hier wirklich mit noppen stein weiter gebaut also schön klemmbaustein auf klemmbaustein wird das ganze jetzt vorangehen die zweite abbau zweite bauabschnittstüte bzw die drei stück die habe ich hier schon auf meine tellerchen verteilt mit denen geht das jetzt weiter und das ganze soll uns dann hinterher hier hin führen das war hinten ja den dem in anführungszeichen kofferraum bereich umbaut bekommen ja hier haben wir jetzt ein bauelement das kann ich nicht so ganz einordnen das sieht aus wie eine einmal eins plate aber mit einem durchgängigen loch drin und ist aber von der höhe irgendwie nicht so richtig passend zu den anderen sachen also das ist nicht eine plate hoch und nicht zwei plates hoch sondern irgendwo so dazwischen hier wird es jetzt zum abpolstern von diesem hier genommen ist mir sogar bis jetzt bei keinem hersteller sonst untergekommen so hundertprozentig wofür es von nöten ist kann ich mir momentan gerade auch noch nicht vorstellen aber vielleicht ergibt sich das hinterher im weiteren bau wir sind jetzt hier bei bauschritt 43 auf seite 39 sind ganz gut vorangekommen und es baut sich wirklich gut sind auch interessante bautechniken dabei hier mit 90 grad baurichtungsumkehr und alles mit sachen die man halt baut wieder kippt dran gesetzt und so wirklich sehr cool gemacht sieht auch schon interessant hier aus in dem bereich wo hinter der radkasten ist jetzt haben wir hier allerdings eine kuriosität in der bauanleitung die im großen und ganzen gut verständlich ist also man kann gut sehen was wohin kommt man kann auch alles gut erkennen aber hier haben sie irgendwie schritte vertauscht also hier wird was gebaut wird dran gepackt dann wird wieder was gebaut wo das dann wieder abgenommen ist und in der nächsten nächsten baustab ist es dann wieder da also da ist die bauanleitung ein bisschen widersprüchlich ist jetzt kein großes ding kriegt man problemlos gelöst die aufgabe aber im endeffekt hätte man die baustabs hier irgendwie tauschen müssen ist aber kein ding trotzdem bau macht spaß qualität der stein ist wirklich top hier mal so ein beispiel für die interessanten baulösungen die die hier haben wir haben das jetzt hier hochkant so gebaut es wird halt gekippt und hier haben sie wieder diesen anderthalb hohen stein um hier so eine verbindung möglich zu machen also die haben hier wirklich den weg gefunden das so zu überbrücken dass das wieder lückenlos schließt und das ganze dann hinterher so aussieht also wirklich tricky gemacht also der macht wirklich sinn dieser stein mir hat er vorher nie gefehlt aber jetzt wo ich weiß dass es ihn gibt es ist schon eine praktische geschichte um halt das hier nochmal wieder zu überbrücken würden wir mit einem normalen einer nicht hinbekommen so sieht der bj 212 jetzt nach den ersten zwei bauabschnitten aus und ja bei seite 46 oder 45 sind wir jetzt von insgesamt 85 das heißt wir haben jetzt auch hier nicht nur tütenmäßig die halbzeit erreicht hier haben wir eine bauabänderung die habe ich hier schon direkt reingelegt dass ich die nicht vergesse sondern wir haben hier auch in der bauanleitung halbzeit erreicht das heißt wir haben jetzt hier bergfest und bis auf dass ich hier in den anguss punkt ein bisschen doof ach nee ist eine fluse passt finde ich sieht schon ganz gut aus es schließt hier ganz gut ab die formen passen ganz gut zueinander und die schaffen hier wirklich ja ist mal selbst den radkasten in mehrfacher form gebogen hinzukriegen das finde ich eigentlich ganz tricky und auch hinten unten der boden sieht gut aus finde ich auch sehr gut also bis jetzt hat es auch eine menge spaß gemacht jetzt werden wir mal weiter gehen hier mit den tüten für den baustepp 3 auch da haben wir hier wieder die schöne grüne farbe drin ein bisschen schwarz und das war es dann auch also irgendwelche farb ob weichler oder ausreißer haben wir hier bis jetzt gar nicht bei was wirklich interessant ist hier dass wir bei diesem sembo bausatz hier steine finden wie ich sie sonst halt nur von zum beispiel hier mega konstrucks oder halt auch von kubi kenne also die haben sich hier wirklich schon ein ganzes stück über den klemm baustein satz von lego weg entwickelt und haben sich umgeguckt was es da sonst noch gibt da ist dann auch hier zum beispiel ich euch ja zu anfang schon gesagt habe diese um 90 grad runde käse ecke die so glaube ich bei lego auch nicht gibt also das ist wirklich so dass die sich von dem reinen lego steine sortiment längst verabschiedet haben und auch hier bei anderen herstellern und auch durch eigene ideen glänzen finde ich absolut lüblich und finde ich eine gute sache das hier zum beispiel ist glaube ich auch einer der von mega konstrucks ist oder den es bei kubi gibt also da halten die sich nicht nur an den dänischen vor im schatz jetzt hier auf seite 64 und sollen wir die ersten aufkleber aufbringen also sieht das ganze bisher aus und ich muss ganz ehrlich sagen die haben von der druckfarbe hier die farbe der steine sogar recht gut getroffen die abweichung ist nicht allzu groß das ist bei voll farbig bedruckten aufklebern ja nicht unbedingt die regel egal bei welchem hersteller und das ist nicht schlecht da haben die jungs hier die die druckerei hier am start gehabt haben ganze arbeit geleistet was ein bisschen doof ist dass wir das jetzt hier quasi aufkleben werden das ganze schon verbaut ist das ist eigentlich unhandlich und blöd leichter sind solche sachen halt aufzubringen wenn man den stein auch einzeln hat ich werde jetzt versuchen es trotzdem hinzukriegen aber für die von euch die mit aufklebern so ein bisschen besser und zu fuß sind und so den würde ich sagen guckt vorher mal durch die bauanleitung durch welche teile beklebt werden müssen und macht das im vorfeld bevor er sie verbaut mir ist das im endeffekt ziemlich rupe aufkleber sind für mich eben also kann man machen muss man nicht so nach den ersten drei bauabschnittstüten sind wir so weit aufgeklebt sind leider die farbabweichungen zwischen dem aufkleber und den steinen doch erheblich stärker als man sie eben auf dem aufkleber sticker bogen gesehen hat also ich werde die restlichen weglassen und die hinterher wieder weg machen hier weil im endeffekt kein großer mehrwert und ja ist doch sehr sehr sichtbar ansonsten hier die motorhaube hat schon eine schöne form gekriegt was ein bisschen spooky ist ist wenn man das ding in der hand nimmt und baut passiert öfter mal folgendes das ist jetzt aber gar nicht mal weiter schlimm weil das ist hier bauartbedingt durch die bodengruppe vorgegeben und wird hier indem man so wieder runter drückt sofort wieder abgestellt irgendwie sind hier zu wenig noppen um das ganze komplett stabil zu halten es geht aber nichts dadurch kaputt das bewegt sich einfach nur das ist im ersten moment erschreckt man sich beim zweiten dritten vierten mal dann macht man es einfach wieder zurück und gut ist da hätten sie unter garantie eine stabilere lösung finden können vielleicht ist es auch absicht ich kann es nicht sagen vielleicht ist das sogar beim original so ich kann es euch nicht sagen weil das auto kenne ich im original nicht ich finde es war ganz witzig von der form her ich habe ihn dabei in natura noch nirgendwo gesehen und kennen auch dem seine leistungsdaten und möglichkeiten nicht vielleicht kann da einer zur aufklärung beitragen hier aus der community wäre schön ansonsten da geht es gut voran und das sind jetzt hier die letzten paar teile die wir noch bauen müssen dann haben wir fertig wir haben jetzt hier noch ein paar bauteile wir haben hier unsere reifen die noch drauf müssen dann hier den dachstoff der hinter drauf kommt das ist ja abklappbar und kann man auch zuklappen und ja die aufkleber schon gesagt da werde ich vielleicht noch das nummernschild hinter drauf machen das war es dann aber hierzu unserem zu unserem windschutzscheibe bauteil der druck ist wirklich gut das sieht gut aus was ein bisschen doof ist ihr seht ihr das voll mit mikrokratzern der kunststoff an sich der ist wirklich schön transparent da kann man gut durchgucken ist nicht milchig oder irgendwie sowas das ist gut aber jetzt wirklich voll mit mikrokratzern also denen von euch die da jetzt mal ein bisschen mehr perfektionismus an tag legen wollen ist da angeraten das ganze zu polieren ich bin da ja ziemlich schmerzfrei ich werde das einfach so verbauen und gut ist die sache für mich aber es sind jetzt keine super hammer kratzer aber ihr seht es selber hier jede menge kleine mikrokratzer ist ein bisschen schade das ding irgendwie wieder separat verpackt oder hier die tüte mit rein ich denke mal dass das teil das hätte da nichts daran angerichtet wäre halt ganz schön oder ein schutzfolie sogar gut ist wieder plastikmüll in den goldenen weg habe ich da auch noch nicht gefunden aber ja ganz cooles teil so da ist unser kleiner chinesischer geländewagen fast fertig wir haben hier nur noch dieses merkwürdige verdeck also das taugt eigentlich nicht wirklich um um hier irgendwas abzudecken oder sowas das wird jetzt hier hinten drauf geklickt also wenn das ding so hier drauf ist dann ist das mehr ein bremsfall schirm als alles andere also die konstruktion finde ich fragwürdig fällt jetzt auch hier putz wieder auseinander also das ist ja ich weiß auch nicht was ich dabei gedacht haben also da ist das ding hier bei dem jeep definitiv ausgereift also das ist nicht dafür gedacht um das ding hinterher mit geschlossenem verdeck irgendwo hinzustellen das ist mehr so die andeutung vom verdeck und ich habe auch hier probleme das hier vernünftig drauf zu kriegen ich glaube ich habe da noch einen fehler drin da haben wir nun fertig hier unseren kleinen bj212 light offroad vehicle aus dem jahre 1974 aus china und ja bei sembo hat das gute stück der artikelnummer 70 57 00 622 teile das ist das was übergeblieben ist gefehlt hat nichts der baum macht spaß ist es auch recht stabil bis auf dieses ja dass man das hier klappen kann warum auch immer wie schon gesagt schreibt mal unten in die kommentare wenn sich einer mit diesen autos auskennt ist das bei dem original auch so da gibt es hier die schrägsten sachen oder ist das hier ja ich sag mal eine schwäche in der baukonstruktion aber das hätte man hier unten eigentlich verhindern können da ist hier quasi eine achse durch die das ganze ermöglicht weil der rest hier der ist absolut starr nun gut also ich muss ganz ehrlich sagen der hat mir eine menge spaß gemacht es sind interessante teile dabei interessante bautechniken dabei ich mag hier dieses teil besonders gerne das ist cool dieses eckteil die angusspunkte hier die sind teilweise ein bisschen unschön gesetzt ansonsten top qualität der steine das einzige was mich gerade wirklich angekotzt hat ist hier das verdeck also das ding ist ein witz zum einen ist es für nichts gut also das ist wirklich nur zu zierde weil das geht genau bis hier also sprich das ist ein bremsfallschirm wenn das auto fährt wenn man mit dem ding fährt dann schlägt das nach hinten sofort wieder weg das würde sofort abreißen und wenn man es halt hier eingeklappt lässt um halt anzudeuten dass da eine persenning oder oder halt irgendwie stoff drauf ist dann hat das zwei sachen zum einen müsste man das dann hier wieder kleben oder noch besser nähen damit das hier vernünftig liegt weil das steht immer so hoch und zum anderen ist dann hier dieser unselige pullback motor nicht mit drin mal gucken was kann er so er läuft aber jetzt auch noch nicht mal so so super toll dafür sind hier die vielleicht habe ich die vorne ein bisschen zu snack gemacht erfährt aber ich finde ihn total über und der stört hier mit dem grau ist auch die einzige farbe die hier nicht so richtig rein passt wobei man ja von glück reden muss dass das ding nicht in irgendeiner wilden farbe ist der druck von der scheibe ist super die aufkleber die habe ich mir jetzt geschenkt und den den ich drauf gemacht habe den habe ich wieder abgefremelt die einzigen die ich drauf gemacht habe sind hierfür die nummernschilder und die blinker alles andere habe ich abgelassen hinten sind die blinker gebaut da braucht man sie eh nicht schön sind halt hier die türen die kann man vernünftig aufmachen ja gut man muss schon sehr schmale schenkel haben um hier unter das lenkrad runter zu kommen ich weiß nicht warum sie das so stark hier reingesetzt haben aber das ist jetzt ein minimaler design flow hier für schleichfahrt ist auch recht stabil so also der hält schon was aus und ich denke mal der macht sich hinterher hier neben dem willis jeep oder irgendwelchen anderen militärgeländewagen oder ist ja nicht zwangsläufig nur militärgeländewagen überhaupt zwischen anderen autos sehr gut und ich mag ihn von der form her der ist wirklich so ja quadratisch praktisch gut wie geländewagen so halt in den 70ern waren also man kann sich gut vorstellen dass irgendwelche irgendwelche militärs james bond in so einem ding hier verfolgen oder sowas ich finde den gut der gefällt mir der macht spaß 35 euro gut für 662 teile in wirklich guter qualität das muss jeder für sich entscheiden ob das ein passender preis ist oder nicht wenn ihr den irgendwo im internet in asien bestellt oder so könnt ihr den bestimmt noch irgendwie günstiger schnappen aber hier in deutschland wird ja sowas um den dreh liegen mit steuern und ansprechpartner mit fehlteilen und einem schnipp und schnapp das muss dann jeder für sich gucken also ich für meinen teil hatte meinen spaß mit dem guten stück und hatte bis jetzt aber auch wirklich immer spaß in in der serie hier von von den sembo autos die bauen sich toll die qualität ist zumeist gut die kleineren die haben ja sind ja ihre eigenen steine das hier ist jetzt go bricks die eigenen sind ja immer ein bisschen verkratzter aber hier sind sogar die für go bricks verhältnisse die fließen diesmal halbwegs in ordnung und er hat eine schön schön bündige art also finde ich gut ich würde mir wünschen dass von von anderen herstellern auch noch was auch noch was anderes so in der art kommt ich finde es diesen maßstab gut das ist nicht so klein wie wir das jetzt von den von den kobe autos kennen das ist eine nummer größer so dass man es wirklich vernünftig aus klemmbaustein bauen kann und trotzdem die form hier gut aufnehmen kann sehr schön gelöst sonderteile haben wir hier eigentlich keine bei jedenfalls nicht dass das speziell für dieses auto gemacht wäre schreiben wir eure meinung hier zu der beijing automuseum serie von sembo was habt ihr von dem bisher gebaut und wie waren eure erfahrungen was ist da euer auto was ihr unbedingt noch bauen möchtet oder sagt ihr ach gottes willen autos interessieren mich gar nicht gibt mir panzer gibt mir schiffe gibt mir häuser gibt mir züge schreibt mal unten in die kommentare ich bin gespannt wie eure meinung da aussieht ansonsten war es das hier von meiner seite ich bin hier mit durch wünsche euch noch einen schönen tag viel spaß mit euren eigenen bau prägen wir hören und sehen uns bald eine schöne zeit tschüss bei mich Bis zum nächsten Mal.